Wenn Sie Herzchirurgin werden wollen, kümmern Sie sich erst mal um Ihr Herz. Heart of Dixie Das bin ich, Dr. Zoe Hart. Gestern war ich noch mit einem Taxi unterwegs zu meiner Arbeitsstelle in einem der besten Krankenhäuser von ganz Manhattan. Heute sitze ich in einem Bus und fahre durch die Pampa. Darf ich Sie mitnehmen, Herr? Lassen Sie mich raten, New Yorkerin. Wenn Sie es als Strafe empfinden, an einem Ort zu sein, wo die Nachbarn sich grüßen und wo jeden dritten Dienstag die Parade abgehalten wird. Ich bin Wade. Nun, bei diesem Lächeln drehen vielleicht die kleinen Tussis in der Kirchengemeinde durch, aber mich lässt es völlig kalt. Mein Hintern kann Dixie Musik spielen. Oh, Sie können wohl nicht anders. Oh, Sie haben wohl noch nie was von Mitgefühl gehört. Warum sind alle so scharf auf Mitgefühl? Weil es nett ist. Sie können doch jetzt nicht einfach gehen. Ich bleibe hier. Heart of Dixie. Die komplette erste Staffel. Auf DVD und digital. Ini wieder. One-Beaticle. kommenmal. Schul chord. Untertitel Nummer. Abs0. Wie ist von mir?